Ich glaube, ich bin vor allem sehr neugierig, sehr, also ich muss irgendwie immer was zu tun haben. Still sitzen und entspannen ist überhaupt nicht meine Stärke. Ein großer Faktor war, dass ich schon immer wusste, dass Soundcloud ziemlich cool ist. Mein Partner ist Soundcloud-Fan von der ersten Stunde und der hat dann entdeckt, dass Designer gesucht werden. Die Schritte, die ich bisher bei Soundcloud machen durfte, Grafikdesigner, Projektdesigner, demnächst UI-Design-Lead, das hätte ich mir so, glaube ich, nicht vorstellen können vor vier Jahren. Im Moment bin ich absolut auf dem richtigen Weg und ich freue mich auf alle Sachen, die jetzt hier noch kommen. 3 4 5 3 5